Willkommen zurück zu einer neuen Folge Observer. Wir sind immer noch in dem Kopf von dem komischen ausgeweiteten Dude und wir schauen mal weiter was passiert. Was ist das? Was zur Hölle? Was? Was? Hier? Was ist das? Ist das hier wirklich in seinem Kopf? Warum habe ich jetzt Ketten in der Hand? Warum bin ich gefesselt? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hilfe! Hunde! Hilfe! Da gab es einen auf den Latz. Ich gehe gut! Hallo, redest du mit mir? Alter! Jetzt sind wir im Knast! Was? Hallo? Hallo? Ich möchte nach Hause gehen, ich gehe nach Hause! Ich werde nach Hause können! Hallo? Oh Gott, ich würde dich gerne rauslassen, geht aber nicht. Ich würde mich hier rauslassen. Ich kann es nicht mehr nehmen. Es wird gut sein. Es wird gut sein. Es wird gut sein. Ich werde mich aus hier rauslassen. Nur noch ein bisschen mehr. Ich muss rauslassen. Ich kann es nicht mehr rauslassen. Ich will eine Hand. Ich muss eine Verkliftung. Okay, der ist wirklich auf Droge. Jetzt knallen sie richtig. Oh Gott! Was ist das? Okay. Check in Kate Tattoo Shop. Oh Leute, die haben da drin geheiratet? Okay. 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 So und jetzt? Ein Fernseher. Bounce. Okay. Das ist interessant, was bei dem so im Kopf alles vor sich geht. Okay. 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 Hello? Ich bin hier grad ein bisschen überfragt. ja gut das war mal was ja da ist er gestorben da war er tot was ist das? medizinischer inhalator tintenmuster risswunde blut geregelter stoff 31a ja dann gucken wir mal weiter äh ne hier hallo? nichts ok gute frage gehst du mal auf? sag doch mal ja so pc guck mal gleich rein äh ok das buch kennen wir ja schon huh huh jo da kümmern wir uns noch an den computer work in sharon wir haben ein bürgerliches bla 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 ok da ist es wieder mhm 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 hat genieße tag bye-bye rockstar dancer mhm 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 mhm